Ja, Shalom und Gottes Segen im Namen des Herrn Jesus Christus. Willkommen zum 11. Bibelpodcast. Und heute soll es um ein Thema gehen, das ich schon das ein oder andere Mal aufgegriffen habe in Videos und Livestreams. Aber in diesem Video möchte ich das gerne anhand von fünf Vergleichen einmal näher konkretisieren. Es geht um das Gesetz Gottes. Wir wissen, wir leben natürlich im Neuen Bund und auch im Alten Bund wurde man natürlich aus Gnade gerettet, weil wir laut Bibel alle Sünder sind. Deswegen war noch niemand im Alten Testament unter dem Gesetz. Es sei denn natürlich, jemand sagt, er wird durch das Gesetz gerettet und nicht durch den Glauben an Jesus. Dann ist man aus der Gnade gefallen. Aber wir schauen uns jetzt mal fünf Beispiele an, wie es in der Bibel geschrieben steht, um einen Vergleich deutlich zu machen, zwischen dem Alten Testament, dem Tanach und dem Neuen Testament oder dem Alten und dem Neuen Bund, was sich da geändert hat bezüglich des Gesetzes und der Gebote Gottes, nämlich nicht sehr viel. Im fünften Buch Mose, in der Tora heißt es im siebten Kapitel, Vers 9, So erkenne nun, dass der Herr, dein Gott, der wahre Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Gnade, denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Und jetzt schauen wir uns mal an, ob sich darin im Neuen Testament irgendwas geändert hat mit Gebote bewahren oder wie lieben wir denn Gott im Neuen Bund. Erst Johannes, Kapitel 5, Vers 3 und Offenbarung 14, Vers 12, da heißt es, Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Hier ist das standhafte Aussagen der Heiligen, der Drangsal. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Wir sehen im Neuen Testament eigentlich Zitate fast wortwörtlich aus dem Alten Testament, aus der Tora, Denn die Liebe zu Gott besteht darin, dass wir seine Gebote halten. Darin hat sich natürlich auch im Neuen Bund nichts geändert. Und das ist eben auch das standhafte Aussagen, dass wir das bewahren, was laut Bibel die Wahrheit ist, den Glauben an Jesus Christus, das Evangelium und das Halten der Gebote Gottes. Denn Werke bzw. Glaube ohne Werke ist tot. Und damit sehen wir auch hier, dass es in der Tat keinen Unterschied gibt zwischen den Geboten im Eiten und Neuen Testament, außer dass wir eben keine Tiere mehr opfern müssen und so weiter. Der Tempeldienst fällt flach sozusagen, weil es ja kein Tempel gibt, da wir der Tempel sind und in uns der Heilige Geist wohnhaft ist. Wir schauen uns das zweite Beispiel, den zweiten Vergleich an. Wir lesen im Prophetenbuch Saharia Kapitel 7 Vers 12 Und sie machten ihre Herzen so hart wie Diamant und wollten das Gesetz nicht hören. Daher, deswegen, weil sie das Gesetz Gottes nicht hören wollten, daher kam ein großes Zorngericht von Seiten des Herrn der Herrschern über sie. So ist es ja auch heute im Christentum. Viele wollen das Gesetz nicht hören, haben ihre Herzen so hart gemacht wie Diamant. Und wenn ein Herz so hart ist wie Diamant und ein Diamant ist sehr hart, dann bedeutet das gleichzeitig, dass man also glaubt, dass das Gesetz abgeschafft ist. Denn dann will man in der Tat das Gesetz nicht hören, weil man glaubt ja eh, das Gesetz ist abgeschafft. Das ist der Denkfehler auch in der Drangsal. Denn Jesus sagt über diese schlimme Zeit des Endes in Matthäus 24 Vers 12 Und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, die Gesetzlosigkeit, die Übertretung des Gesetzes Gottes, nicht des Grundgesetzes von Deutschland, und weil die Gesetzlosigkeit überhandnimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ah, da sehen wir also schon, wo es lang geht. Die Liebe zu Gott, haben wir gesehen, ist das Halten der Gebote. Aber wegen der Gesetzlosigkeit, weil man ja nicht mehr die Gebote und das Gesetz Gottes halten will, erkaltet natürlich automatisch darin die Liebe zu Gott, weil die Liebe eben dadurch wir widerspiegeln können, wenn wir die Gebote Gottes halten und Gott so treu sind, wie Gott uns treu war, ist und für immer bleiben wird. Also machen wir unsere Herzen nicht so hart wie Diamant, sondern wie weich und damit wir ein fleischendes Herz haben und offen sind für die wahren Gebote des Herrn. Wir kommen zum dritten Vergleich. In Sprüche 28 Vers 9 heißt es, Und auch heute ist es ja in der Tat so, wenn man irgendwie im Christentum sagt, ja, du musst noch die Gebote halten, da gibt es ja verschiedene Gebote, die noch zu halten sind, wie Sabbat, Speisegebote, die Feste des Herrn und so weiter und so fort. Aber da will man auch von Gesetz nichts hören. Und was ist jetzt im Neuen Testament? Hat sich im Neuen Bund was geändert? Sollen wir auf das Gesetz Gottes hören oder nicht? Wir sollen es nicht nur hören, denn Paulus sagt in Römer 2 Vers 13, Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören, sondern die, welche das Gesetz befolgen sollen gerechtfertigt werden. Es ist natürlich, viele Christen hören das Gesetz, wollen es nicht halten, weil sie glauben, es ist abgeschafft. Und viele Christen hören gar nicht mehr aufs Gesetz zu, weil das sowieso das alte Testament ist. Der alte Bund und der Sabbat gehört zum alten Bund. Das haben ja die Juden erfunden und nicht Gott. Ja, so denken halt leider heute viele Christen. Aber wir wissen, dass das nicht die Wahrheit ist. Wir lesen auch, wir kommen zum vierten Beispiel, zum vierten Vergleich. Und der ist in der Tat sehr hart. Und ich zitiere nur, jeder Christ muss selbst wissen, ob er sich das zu Herzen nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, oder eben nicht. Im fünften Buch Mose heißt es, in Kapitel 27 Vers 26, Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrecht erhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen Amen. Ja, wenn heute irgendwie die zwei Endzeitpropheten oder andere Christen vor irgendwelchen anderen Konfessionen stehen würden und sie sagen, ja, ihr sollt jetzt das Gesetz Gottes aufrechterhalten und tun, sonst seid ihr verflucht. Ich glaube, die würden sofort umdrehen und sich eine neue Konfession oder Religion oder so suchen. Da würde das Volk, glaube ich, nicht Amen sagen, so sei es. Aber es werden andere Zeiten eintreten. Also es ist verflucht derjenige laut Tora, der das Gesetz Gottes nicht aufrecht erhält, indem er es tut. Und was steht im Neuen Testament, wenn man das Gesetz Gottes als abgeschafft ansieht? Es gibt ja viele Christen, die glauben, dass Gesetze abgeschafft, obwohl Jesus sagte, kein Strichlein vom Gesetz wird vergehen, bis Himmel und Erde vergangen ist. Gut, bei einigen, die im Phantasialand leben, da scheint Himmel und Erde anscheinend schon vergangen zu sein. Aber gut, in der dritten Dimension kann ja alles möglich sein. Aber was sagt das Neue Testament? Zu solchen, die sagen, Gottes Gesetze abgeschafft, wenn wir in einem Tora-Staat, in einem Gottesstaat leben würden. Hebräer 10, Vers 28, wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, muss er ohne Erbarmen sterben. Es gibt Sünden, die führen zum Tod, la Tora, und es gibt Sünden, die führen nicht zum Tod. Aber natürlich, wenn man das komplette Gesetz Gottes verwirft, in einem Gottesstaat, oder besser gesagt, im Königreich Gottes auf Erden, wer das tut, muss ohne Erbarmen sterben. Also nicht nur sterben, sondern ohne Erbarmen, in einem Gottesstaat. Und das heißt, ja, ohne Erbarmen heißt keine Gnade mehr. Denn wenn man glaubt, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, wie kann man sich auf Gnade beruhen? Man legitimiert ja damit automatisch die Sünde und laut 1. Johannesbrief ist die Übertretung des Gesetzes Sünde. Gott will nicht, dass wir sünden, sündigen, sondern die Gebote Gottes halten. Wir kommen zum fünften und letzten Vergleich, beziehungsweise Beispiel. Und da schauen wir uns mal an, auch wie es in Zukunft dann aussehen wird. Wir schauen erstmal in Daniel 9, Vers 11. Da heißt es, ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so dass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen. Also darum, weil man Gottes Gesetz übertreten hat, man wollte nicht drauf hören, hielt es vorab geschafft. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Mose des Knechtes Gottes geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Genau wie wir es vorhin gelesen haben im Buch Saharia, das Propheten, haben wir auch gelesen, weil Gottes Volk eben nicht Gottes Gesetz halten will, sogar die Ohren und Herzen verschließt vor den Geboten Gottes. Deswegen kamen auch die Plagen und so wird es auch in der Endzeit sein. Aber es wird nicht nur Gottes Volk betreffen, sondern es wird die ganze Erde, die ganze Welt, die ganze Menschheit betreffen. Und schauen wir mal, wie die Menschen dann reagieren werden. In Offenbarung 9, Vers 21 und in Kapitel 16, Vers 9 heißt es, Da sehen wir also, wie die Menschen der Drangsal auf die ganzen Plagen und Flüche und Geschwüre und so weiter reagieren, anstatt umzukehren zu den Geboten des Gesetzes Gottes, was die Dörfer bewahren könnte. Nein, sie geben auch noch Gott die Schuld dafür und lässt dann Gott, anstatt eben, wie geschrieben steht, Buße zu tun von ihren Werken. Denn wir wissen, wenn Jesus kommt, wird er sein Königreich aufrichten und laut Jesaja und Micha wird das Gesetz Gottes ausgehen von Zion aus, das Wort des Herrn von Jerusalem, und dann wird die ganze Menschheit das Gesetz Gottes halten. Und wer dann glaubt, das Gesetz Gottes sei abgeschafft, da haben wir ja vorhin gelesen, was mit so einer Person im Königreich Gottes geschehen wird, wir leben ja heute in keinem Gottesstaat und da haben viele wirklich Glück. Aber das wird sich, wie gesagt, ändern. Und weil die Menschen, Gott will ja schon ihnen beibringen in der Drangsal, sie aufwecken und sagen, hey, das Königreich Gottes kommt, besser du jetzt schon das Gesetz Gottes oder du kommst gar nicht erst rein, wenn du dich verweigerst, mein Willen zu tun. Und deswegen, die ganzen Plagen sind auch dazu da, um die Menschen aufzuwecken. Aber wer nicht hören will, muss fühlen. Und wer nicht fühlen will, dann haben wir gelesen, was geschieht in der Drangsal. Nun denn, wie gesagt, ich weiß, ich mache mich mit solchen Videos nicht beliebt, natürlich, die meisten glauben nicht, dass wir die Gebote Gottes noch halten müssen. Aber es geht auch nicht um Beliebtheit, das ging es mir nie. Mir geht es darum, die Wahrheit ans Tageslicht zu bringen. Das Gesetz Gottes, die alle Gebote Gottes, die werden als Wahrheit bezeichnet, so wie unser Herr Jesus Christus, weswegen er auch sündenlos war und sich selbst als Wahrheit bezeichnet hat, weil er die Wahrheit gehalten hat, das Gesetz Gottes. In diesem Sinne, ich mache das nicht irgendwie, weil ich die Christen, die nicht die Gebote Gottes halten wollen oder das Gesetz als abgeschafft betrachten, dass ich die irgendwie hasse oder irgendwie etwas ergegenseite. Sie sind ja trotzdem meine Geschwister. Und wenn ich einen Bruder sehe, der in ein brennendes Haus läuft und denkt, dort sei die Wahrheit, dann würde ich ihn natürlich lautstark rufen, nicht aus Hass, sondern aus Liebe, damit er umkehrt und wieder zum richtigen Weg zurückkommt, zum Vatertuben, zu dem Gesetzen Gottes. Denn Gott weiß am besten, was für uns gut ist. Deswegen gab es auch die Speisegebote, weil unreine Tiere, so weiß sogar die Wissenschaft, sind ungesund für den Körper. Also Gott weiß, was wir brauchen und das sind seine Worte und Gebote. In diesem Sinne, auch wenn das viele anders sehen, werde ich bis zum Ende bei dieser Meinung bleiben. Haltet die Gebote, das macht den ganzen Menschen aus, denn die Wahrheit kommt ans Tageslicht und das war und ist und bleibt. Der Sohn Gottes, Jesus Christus. Amen und Gott segne euch.